Hallo und willkommen zurück bei Overwatch. Noch immer in derselben Gruppe wie in der letzten Folge. Ich bin natürlich wieder Heiler, weil ich mich ja dafür gemeldet habe. Und diesmal schauen wir mal, wie es in Nepal geht. Ich spiele schon so lange Overwatch. Ich weiß zwar welche Maps das sind, aber ich merke mir fast nie den Namen. Monkey escorted. Eine hüpfenden Genji zu treffen ist echt heftig. Hans ist hinter uns. 2 Healers downfall. Komm weg. Sehen hat er. Oh mein Gott. Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Hands on the right High ground Knochen Knochen Nanaboo's ready! I'll wait for you Genji I'll go with low I want to go with low Careful Ich habe einen Mold. Ich habe einen. Ich habe einen. Da ist ein. Hanzo ist hinter uns. Ja, bitte. Du musst auf das. Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Kannst du in die Luft gehen? So ich kann dich finden. Okay. Ich bin auf der Seite. Ja, ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Auf der Seite. Oh, das war Glück. Lose hier 1. Kann er hier der... Ich bin auf der Seite. Okay. Ich bin auf der Seite. 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 Kann du Nano me? Ja, ich kann dich. Jump. Ja. Ich bin auf der Seite. Trace ist neben uns. Auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Ich dachte ihr, das wäre so einfach. Let's keep it. Let's keep it. Let's keep it. I have Shatter. Why not left? Go left. I can't heal you. Right head. Let's do that. Go left. Ich bin da. Ich bin da. Loge darüber nach. Ich bin da. sie Erstmal was zu trinken einschränken. Hi! Alter, Prost! Wie ich einmal mit Freakspace privat gespielt habe. Mein erstes Mal in meinem Leben habe ich es geschafft den Ball da reinzuwerfen. Ich habe es natürlich nicht aufgenommen. Klar, wie es immer der Fall ist. Man, und Freakspace hat es nicht gesehen. Apropos, wir werden sicher irgendwann einmal ein To-Gether machen. Mit Overwatch. Freakspace macht es so viel Spaß und wenn wir gemeinsam spielen, macht es auch viel Spaß. Das kommt auf jeden Fall. Oh Gott! Ein Heel down. Lord, der wird wieder sein... Der Gange, was ist mit ihm los? Okay. Ja, ihr seid nicht. Ich werde dich jetzt mit ihm weg. Und dann gehen wir zurück. W-Wave! 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 Das ist gut. Bald! Wir haben alle einen Healblock aber wir schaffen es doch so nicht. Hilfe! Das ist gut. Nanobus ist bereit. Aber ich bin tot. Ich bin nicht hier. Aber wir haben den Punkt. Wir kommen. Wir kommen. Okay, ich bin hier. Okay, ich bin hier. Okay, wir sind in. Ready Genji? Ja, ich bin bereit. Du startest. Okay. Oh, das war schlecht. Okay. Toll. Diva, du mit deinem Breitarsch. Geh da raus. Weiß. Weiß. Den Mech vor dem fetten Hintern. Und wenn sie draußen ist ohne Mech hat sie... Nein, egal. Da ist ein Mauer. 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 NaNo. Da ist ein Mauer. Da ist ein Mauer. Da ist ein Mauer. Wer will die Boost? Reaper oder Hanzo? Ich kann halt Point. Ich gebe dir Boost. Nein, nein, nein. Okay. Da ist ein Mauer. Ja. Da ist ein Mauer. Okay. Kann rein. Kann rein. Ich bin nicht im Moment. Mauer ist ein Mauer. Machre ist ein Mauer. Machre ist ein Mauer. Machre ist ein Mauer. Machre ist ein Mauer. wie haben wir das verloren? oh wow wie haben wir das verloren? oh mein Gott no way ja ah ich mag ihn so verwackeln wir gleich mal die Kopfhörer vor lauter Aufregung so 5 4 3 2 1 und 3 7 ich würde ja gerne zu Brigitte wechseln aber dann haben wir zu wenig Heal auch ein bisschen blöd ne du hast mich, ich bin tot da versuch'n McQueen lass mich in Ruhe Zu viel. Haben wir zu wenig gekillt. You grew up. Don't go in. That's the waste, that's the waste. Yeah, wait, wait, wait. Ah, da boost zu. I'm dead. I'm dead. Just wait for all. Wait for the heal. I'm dead. I'm dead. Okay, give me, give me. Oh my god, my creep behind. Hi nerd. I'm dead. It's a problem. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Well, we tried. Oh, naja, das war okay, wir hatten einen Punkt, das passt schon, in letzter Zeit ploppen die mal wieder auf, das ist ganz komisch, okay Leute, dankeschön fürs Zusehen, die wollten anscheinend nicht mehr das Highlight sehen, bis zum nächsten Mal, denkt dann, ich brauche eine Overchallenge, gerne in die Kommentare damit, aber nicht unter diesem Video, sondern Overchallenge Video. Und bis zum nächsten Mal, dankeschön, euer Kwebegawa, tschüss.